Hallo zu diesem neuen Video. Dieses Video ist eine Fortsetzung eines vergangenen Videos über den Goldpreis. Es ging im Video darum, wie der Goldpreis in Microsoft Excel automatisch importiert werden kann. Und zwar gab es nun ein sehr erfreuliches Kommentar, ob es denn nicht möglich ist, die Wertsteigerung einer Investition, zum Beispiel 1 und 2 Gold, grafisch in einem Diagramm darzustellen. Vielen Dank nochmal für diese großartige Themenstellung und ich kann folgende Lösung in Microsoft Excel anbieten bzw. vorstellen. Und zwar beginnen wir damit dem Endergebnis. Und zwar mit diesem Ansatz erhältst du sozusagen am Ende folgende grafische Darstellung. Und zwar einmal, wie sich die Investition, in diesem Fall die 1.000 Dollar, die eine Unze, in zeitlicher Abfolge verändert hat. In diesem Fall von 2019 bis 2023 ist diese angewachsen auf 1.310 Dollar. Als zweite Linie in diesem Diagramm habe ich nun die konkrete Wertsteigerung in Prozent. Diese befindet sich auf der rechten Achse und wie man sieht sehr volatil und bewegt sich dann auch entsprechend auf die 30 Prozent in diesem Zeitraum zu. Diese beiden Linien lassen sich in Microsoft Excel auch automatisch erstellen und zwar möchte ich nun auf die einzelnen Schritte eingehen und im Anschluss erstellen wir das gemeinsam. Konkret habe ich nun ein Feld hier in der Zelle C2, wo ich ein Start- und Ende-Datum angebe. Sprich, das ist sozusagen dynamisch und ich kann meinen gewünschten Zeitraum hier angeben. Beispielsweise kann ich hier auf 21 ändern und die Grafik soll sich entsprechend dann anpassen. Als nächstes gibt es noch das Feld für das Kapital, welches investiert wurde. Dieses kann ich auch entsprechend anpassen. Und zu guter Letzt habe ich auch noch die Möglichkeit anzugeben, wie viele Unzen ich sozusagen investiert habe und den entsprechenden Multiplikator zu erhalten. Sprich, ich kann hier angeben, wie viel eine Unze gekostet hat und hier gebe ich an, wie viele Unze nicht gekauft habe. Als letztes Informationsfeld habe ich noch entsprechend den Goldpreis. Das habe ich bereits in dem vergangenen Video erklärt, wie man diesen bekommt. Und nun kommt es zur Historie der einzelnen Werte. Wie man hier sehen kann, gibt es eine Historie von diesem Zeitraum. Und diese basiert auf der Funktion Börsenhistorie. Das ist eine sehr nützliche Funktion in Microsoft Excel. Ist eine Standardfunktion, die entsprechend parametrisiert werden muss. Und erhalten als Ergebnis dann entsprechend den Goldpreis über diesen oder entlang diesen Zeitraums. Ich habe mir dann noch, um die Wertsteigerung entsprechend darzustellen, noch zusätzliche Felder angelegt. Und zwar hier die Investition. Sprich, das Kapital, welches investiert wurde. Und als zweite Spalte habe ich die Änderung. Diese gibt mir an, wie sich denn der Preis zum Vortag geändert hat. Und zu guter Letzt gibt es eben das bedeutende Feld Wertsteigerung. Diese ist sozusagen eine Addition der einzelnen Änderungen. Und gibt uns sozusagen dann entsprechend die Summe der Wertsteigerung an, über diesen entsprechenden Zeitraum. Nun starten wir nun von vorne, wie ich denn nun das alles kombiniere, um ein solches Diagramm zu bekommen. Ich eröffne ein neues Blatt. Und gebe nun entsprechend wieder die Felder an. Mit Start, Ende. Gebe hier meinen gewünschten Zeitraum an. 2020. Und 31.12.2023. Dann das Kapital pro Unzer. In diesem Fall 1000. Dann gebe ich noch an, die Anzahl an Unzen. In diesem Fall eine. Und jetzt gebe ich noch an, den Ticker für den Goldpreis. Dieser lautet Gold und ist in meinem Fall noch als Währung zu definieren. Und dort müsste es dann entsprechend den Futurepreis geben, hier. Und verwendet diesen. Darin gebe ich nun den Preis an und erhalte nun für den heutigen Tag oder für den heutigen Tag den entsprechenden Goldpreis. Nun kann ich bereits die Börsenfunktion verwenden. Und zwar diese lautet Börsenhistorie. Diese Funktion erfordert nun entsprechend die Parameter. Auf den ersten Blick wirkt es etwas unübersichtlich. Aber wie du sehen wirst, ist das Ganze kein Hexenwerk und wird mit jedem Mal anwenden einfacher. Zunächst, der erste Parameter ist die Aktie, in unserem Fall der Goldpreis. Deshalb selektieren wir hier auf B7 und können bereits zum nächsten Parameter wechseln. Der nächste Parameter ist der Startdatum und das Enddatum. Und nun haben wir die Möglichkeit, historische Kurse zu importieren, mit der Möglichkeit, Tageskurse, Wochenkurse oder auch Monatskurse zu verwenden. Meine Empfehlung ist es, Wochenkurse oder Monatskurse zu verwenden, da bei den Tageskursen oftmals auch Datumswerte dabei sind, welche keine Kursstellung möglich war und diese als NVA Not Available dargestellt wird. Deshalb, hinsichtlich Datenqualität und Einfachheit, empfehle ich die Wochenkurse und gebe eine 1 an. Nun haben wir noch ein weiteres verpflichtendes Feld und zwar, wie wir die Daten darstellen möchten. Und zwar möchte ich diese mit Überschriften anzeigen lassen. Das bedeutet, wenn wir die einzelnen Kurse bekommen, dann steht unter dem Datum auch die Spalte oder die Überschrift Datum. Deshalb auch hier eine 1 und kann nun mit den Eigenschaften beginnen. Wir benötigen zunächst das Datum und können eine weitere Eigenschaft angeben. Wir können noch viele weitere, wie zum Beispiel Volumen, Hoch-, Tiefkurs, Schlusskurs, Eröffnungskurs, könnten wir alles ausgeben lassen. Für unsere Darstellung benötigen wir lediglich den Schlusskurs. Deshalb gebe ich diesen noch an und sind somit eigentlich fertig und erhalten bereits für diese Konfiguration die entsprechenden Wochenkurse. In Summe sind es etwa 210 Datensätze und wirkt auch übersichtlicher als Tageskurse. Als nächstes werden wir nun die Änderung berechnen. Und zwar möchten wir wissen, wie sich denn der Kurs verändert hat zum Vortag. Deshalb selte ich hier entsprechend den Kurs und den Kurs zuvor und habe nun die prozentuale Abweichung. Ich würde auch hier noch das entsprechende Datenformat an und kann nun in diesem Fall, wenn ich hier es schaffe, weiterer Versuch, aus irgendeinem Grund klappt nun die Kommastelle nicht, sei es drum. Wie du sehen kannst, wird nun entsprechend die prozentuale Abweichung auf Wochenkursbasis in dieser Spalte geführt. Als nächstes wollen wir noch die Wertsteigerung. Die Wertsteigerung, auch hier, beginnt wieder mit 0% und ergibt sich sozusagen aus der Summe der einzelnen Änderungen. Ich selektiere diese und erhalte nun entsprechend die Wertsteigerung. Zu guter Letzt haben wir nun unsere Investition. Diese beginnt mit der Anfangswert Kapital pro Unze, multipliziert mit der Anzahl der Unze, sprich 1000. und gebe nun die Änderung an und zwar habe ich bei den 1000 Euro eine Wertsteigerung von 1000 mal der Änderung vom Tag. Sprich, in unserem Fall, wenn ich denn diese Kommastelle darstellen kann, ah, falsche Richtung. Wie man hier sehen kann, gab es eine Wertsteigerung von einem halben Prozent und erhalten nun auch entsprechend auch von unserer Investition, genau um diesen Prozentsatz, eine Wertsteigerung. Ich führe das nun für die restlichen Werte durch und habe so entsprechend die Kapitalsumme. Zu guter Letzt, jetzt haben wir alle Berechnungen vorhanden, werde ich nun diese Werte grafisch darstellen und zwar in einem Liniendiagramm. Dazu wechseln wir oder selektieren unseren Datenbereich und selektieren im Grafikbereich auf Linien und habe dort bereits eine Darstellung und diese müssen wir noch etwas konfigurieren und zwar im Bereich der Diagrammfilter nehmen wir die Änderung heraus sowie den Schlusskurs. Den möchte ich im Diagramm nicht sehen. Als nächstes haben wir nun das Thema, dass wir beide Linien in einem Diagramm darstellen. Das bedeutet, wir müssen uns noch Gedanken machen hinsichtlich der Achsendarstellung. Das lässt sich folgendermaßen anpassen. Ich wechsle nun in den Diagrammbereich, gehe auf die Wertsteigerung. Die Wertsteigerung ist ja in Prozent geführt. Aus diesem Grund selektiere ich nun die Sekundärachse. Ich könnte auch die Primärachse nehmen, aber in diesem Fall verwende ich die Sekundärachse und wir erkennen, dass eine Wertsteigerung hier von 2019 bzw. 2020, hier gab es hinsichtlich der Woche einen 30.12.2019 noch, um die Verwirrung nicht zu groß werden zu lassen und können diese bis 2023 darstellen. Im Schnitt in etwa 30% und unsere Investition, wenn ich diese selektieren kann, kann ich in diesem Fall schwer jetzt nun selektieren. Wenn ich es so nicht bekomme, kann ich sozusagen ans Ende der Berechnung navigieren und sehe dort den Endbetrag von dieser Wertsteigerung. Wie du siehst, kannst du somit relativ einfach und automatisiert deine Investitionen in Microsoft Excel überwachen und monitoren. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.